so warte mal hier wieder eine geschenkbox ist da drin mitten im raum munition alkoholtinkture wie konnten diese leute nur überleben die schenken sich munition aber nichts zu fressen hier kannst du mal hier liegen meine was ist das box of nails liegen hier nimmst du die mal bitte was liegt denn hier noch alles rum ach so ist es nur dreck auf dem boden ist noch meine alkoholtinkture kannst du trinken ich hab das gefühl wir werden gleich sterben dein gefühl war sonst eigentlich immer ganz gut wollen wir dann zu der station ja das war die hier oder die große da links auf der seite ich bin jetzt ich ja schon am abkrebsen so halb das ist alles zu das ist verdächtig aber keiner geschossen ich zumachen wieder sagen wir denn hier ja kannst du machen ein feuerwehrhelm ein chemleit ich sehe hier nix hast du da in dem ding drin nehm ich mir deinen helmen ich höre n zombie gasmaske so hoch gegangen ja noch ne gasmaske die nehm ich mir mal mit dir tu die mal applyen bitte oh ich hab was zu essen gefunden was denn eine dose spaghetti 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 und die pants ziehe ich an die sind nämlich cool Doppelklick funktioniert endlich sehr schön oh oh ich glaub mal hier stehen open can spaghetti with so dann ess ich mal schnell was und dann bitte lass mir was über ja ja ich hab nicht eat all gemacht sondern nur eat something Ich stehe! Tiefste Gangart! Pristine! Da tausche ich die mal, aber ich glaube, meine sind scheiße. Wrecks, Duct Tape. Dass die das noch nicht gemacht haben, ne? Force Feet! Nee! Okay, ich werfe es auf den Boden. Darf ich alles essen? Ja, nur zu. Ich bin voll am Abschmatzen hier. Ich friere. Naja, ist kein Wunder mehr, wenn du komplett durchnässt bist. I have eaten old canned spaghetti. I am extremely hungry. Ey, fick dich, du Hure. Ich komme wieder runter. Ach, guck mal. Die kann man auswringen. Wat? Hatte ich gerade so als Anzeige, als Möglichkeit für die Hosenniederlagen. Moment. Nehmen die mal bitte in deine Hand. Nee, kann ich nicht. Ich habe noch nicht. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich will etwas drinken. Oh, ein Zombie. Oh, ist klar! Einfach noch mal reingestochen, weil du es kannst. Ja. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Oh, eine Sprite. Lemon Lime. Leather Sewing Kit. Ja, brauchen wir aber nicht. Bist du durstig? Auch. Gelb oder rot? Gelb. Ja, ich auch. Dann trink du. Steht hier in dem kleinen Scheck drin. Wo bist du denn? Ich bin in diese Container reingegangen. Dann trinke ich es jetzt. Naja, nur zu. Falls du mal Schuhe finden solltest. Gebe ich dir Bescheid. Mhm. Alles, was ich bislang sehe, ist so ein Fabrikgebäude. So, wo wollen wir da hin? Ja. Da hinten trampelt noch ein Zombie rum. Ach, der kann uns mal egal sein. Erst hier links und dann rechts. Ach, hier waren wir doch schon. Hier waren wir schon. Dann gehen wir hier. Obwohl, dann waren wir da auch schon dran. Bestimmt. I am hypothe... Ohi. Was machst du? Mein Männchen hier ist ja mal frieren. Oh, ein Basie. Du hast die Box of Nails, ne? Jo. Willst du mich mal probieren? Ob das geht? So, take. Mal den Rucksack packen. Wie, du kannst ihn nicht in den Rucksack packen. Das ist zu groß. Nehme ich mal so mit. Und holen wir die Box of Nails da. Ne. Oh, unpack. Packen wir die doch erstmal aus. Oh, oh, oh. Geht es? Oh, oh. I have made the baseball bat nailed. Nice. Jetzt habe ich einen genagelten. Oh, ich gehe weiter. Sonst schimmel ich hier noch irgendwie. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Das ist auf jeden Fall ein neues Gebäude hier, das hier. Also der Aufbau innen drin. Ich habe die Toiletten gefunden. Schön. Das sind Damen oder die Herren gemischt. Toll. Oh Gott. Bis du mich erstichst. Irgendwann. Irgendwann wird dann noch so. Die Grunde liegen die Sachen. Ne, so ein Backsteiner hier legen. Auch blöd, dass man die nicht aufheben kann. Kann man ja schmeißen oder so. Okay, Mannikin ist am Erfrieren. Äh, durstig, unerwohlen. Oh, ist das deine Axt? Oh, das ist meine Axt. Ne, doch. Ich wollte sagen, du hast doch da eine auf dem Rücken. Aber in dem Moment hast du die gerade aufgenommen. Ich geh mal hier hoch. Ich bezweifle ja so ein bisschen, dass du da was findest. Aber ich komme mal mit. Ah, da liegt was. What is this? Handschuhe. Zack. Jetzt wär bitte auf zu frieren. Weil du ein paar Handschuhe angezogen hast? Ja. Ich weiß ja nicht. Nein, da möchte ich nichts runterfallen. Ich geh mal wieder zurück, da wo ich hergekommen bin. Ja, ich steh hier unten. Ja, okay. Und warte. Ne, ich hab keine Lust zu warten. Kannst dir schon überlegen, wo wir als nächstes hin gehen. Wo bist du hin? Um eine Ecke gelaufen. Ach, da. Da. Es ist so dunkel. Tut mir leid. Tut alles okay. Ich seh dich ja manchmal auch nicht. Was ist denn hier drin? So ein Schraubendreher? Schraubendreher. Ein Rad. Da ist ein Rad ab. Oh, hier ist eine... Ach, wie nennt sich das denn? Farming-Hoe. Ho. Eine Arke. Hey. Ho. Tja. Wir könnten irgendwo anders noch hinlaufen. In der Hoffnung, dass wir noch was finden. Obwohl, wir sind jetzt, glaube ich, wenn wir hier aus dem Tor rausgehen, stehen wir mitten in der Stadt. Hm. Ich würde sagen... Könnte man was finden? Wo stehst du denn jetzt schon wieder? Ich bin hinter dem... Hinter dem kleinen Gebäude, wo wir gerade drin waren. Mhm. Oh, ein Schuss. Wieder ein Schuss. Noch ein Schuss. Zwei Schüsse. Wie geht's da mal? Da drüben mal in das Gebäude rein. Hm, ich komm mit. Es ist so dunkel, ne? Ihr ist nichts. Da können wir nicht rein. Ich geh mal noch ein Stück weit für. Oh. Ein Rucksack. Jetzt hab ich auch einen. Ist da auch was drin? Nö. Aber ich... Da ist ein Marienkäfer oder Maikäfer oder irgendwie sowas hinten drauf. Ein gelber. Traurig. Genau gegenüber in den kleinen Laden. Mhm. Ich muss auch sagen, ich komm nicht rein. Ich auch nicht. Da liegt noch ein Rucksack. Nix drin. Ach, hier sind doch meistens Schuhe in so Gebäuden. Oder auch nicht. Okay. Wo bist du? Ich hab nur ne Mütze und ne, irgendwo von. Ich bin unten. Ähm, von der Treppe aus gesehen rechts lang gelaufen, ja. Ja. Mein Helm. Freil dich lieber mein Grün. Ich geh mal nach draußen und nach rechts ein Gebäude weiter. Ich komm mit. Ich geh nach oben. Mhm. Oder war das das Gebäude, in dem wir grad drin waren? Nö. Oh, du bist da. Hier wieder runter. Ich glaub ein Zombie gehört so. Haben wir den Schuss? Guck mal, kann man hier hinter dem Haus vielleicht noch lang? Ja, kann man. Komm hinterher. Hallo Zombie. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Liebe, was hast du jetzt noch gemacht? Ich bin lieber irgendwas drüber gestiegen. Was ist hier das? Nix ist das. Ach ja. I'm extremely hungry. Mhm. I'm dying of starvation. My body feels wet. My body. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich ohnächtig werde. Aber nee, wird dann erstmal nicht die Farbe, geht erstmal nicht die Farbe weg? Ja, wobei das jetzt hier schwer zu sagen ist, ne? Ob das noch bunt ist, oder? Nö, ich mein, das wäre noch bunt. Hier wollen wir hier in das grüne große Haus rein, raus. Rein, raus. Ist auch in die Fabrik geworden. Dreherei. Oh, Schuhe. Schuhe. Anziehen. Swap. Ah, ha. Ich fühle mich zufrieden. Wo ist das denn? Bestimmt hier ein Gegner. Da. Hier ist nichts. Gar nichts. Nichts? Kann man auch nicht die Türen aufmachen? Nee. Ging leider auch nicht. Ach, Leute. Ich hoffe, wir wollen wieder beim altbekannten Problem werden, ne? Hm. Du hast deine, deine Dings schon wieder verloren. Äh, je. Also ich habe den Baseballschläger und die Axt dabei. Man kann also nicht zwei Waffen nehmen. Ja. Na, lass mal eine Tankstelle. Ja. Ach, ja. Gibt's doch nicht. Würde man sagen, viel geändert? Hat sich nicht. Hat sich doch nicht. Nee, nee. Das ist eigentlich so, als ob wir nie aufgehört hätten. Nee. Gut, da vorne läuft ein Zombie rum. Mach den mal kaputt. Pieks. Pieks. Ha. Das ist immer noch nichts fallen lassen, ne? Hm. Dann was haben wir hier? Das ist total dumm. Gastank. Nicht mal irgendwie... Batterie. ...ne Belohnung dafür, dass man die um... Ein großer Rucksack. Oh. Nicht mal eine Belohnung. Zwei Reifen, ne Batterie, n Rucksack und sonst nix. Traurig. Ein bisschen. Tja. Tja. Und Gold. Oh, was ist das? Oh, Munition. 5,56 Millimeter. Ich glaube, jetzt langsam geht die Farbe bei mir weg. Mhm. In deinem Oster will ich. Dass man auch nicht angeln kann, oder sowas. Solltest du bewusstlos werden, erschlag ich dich. Das ist sehr lieb von dir. Ich lasse dich nicht leiden. Drüben ist das Bahnhofsgebäude. Aber mehr. Auch nicht. Feuerlöscher und ein Tire Repair Kit. Ich dachte, das wäre ein Medikit. Immer noch. Tja. Wir sind nicht vom Glück verfolgt. Nee. Wollen wir da rüber gehen? Mhm. Mehr als sterben können wir nicht. Ja. Oh. You are unconscious. Oh. Ich bin bewusstlos. Also, ähm. Walte seines Amtes. Darf ich dich abpiksen? Du darfst mich ermorden, ja. Warte mal, ich möchte erst mal deinen Puls checken. MacGyver has a weak Puls. Oh. Hm. You are unconscious. Sollen wir vielleicht nochmal auf den Server kurz gehen, an dem es hell ist? Weil ich glaube, ähm, lichttechnisch war da jetzt ziemlich blöd. Hm. Exit. Das war 2-1, ne? Mhm. Naja, naja. Also, ich bin doch immer nicht so überzeugt von dem Spiel. Nee. Ja, Time ist auch ein Mond, ne? Mhm. Da wäre die 2-6 wäre noch da. Das ist UK. Das stimmt. Ach komm, lassen sie einfach drauf gehen. Ja. Connect. Ich will da ein bisschen Action. Ist jetzt die Frage sowieso, ob wir uns noch finden. Keine Ahnung. Bevor wir sterben, meinst du? Nee. Obwohl, innerhalb von 30 Minuten sollten wir das eigentlich schon... Warum ist das grau? Den hatte ich auch gerade, wird aber gleich schwarz. Ja. So, der Stand gerade im A. Ist schon mal farbig und ich stehe mitten in der Wildnis. Ich auch, aber am Meer. Ich sehe nur Wald. Hm, scheiße. Toll. My stomach crumbles. Ja, I'm feeling hungry. Ähm. Ich gehe einfach mal nach rechts. Ich muss mal gucken, wo ich hier bin. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall auch ein bisschen schöner aus als vorher. Nicht dieses Nebelgezumpel-Dunkelheits-Ding. Ja. Aber wenn das jetzt dunkel war, gibt es dann gar nicht mehr richtige Nacht? Hm. Gute Frage. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwann mal in so einem Bushäuschen drin standen. Da war ziemlich duster. Ja, also war richtig dunkel. Ich habe noch irgendwelche Screenshots gefunden. Da haben wir so ein Knicklicht angemacht und das ganze Haus war grün. Gerade eben in der Feuerwehrstation lagen auch wieder Knicklichter. Die hätte man verwenden können. Wo laufe ich denn rum? Ach, guck an, da unten ist eine Straße, oder? Ja. Ich trinke jetzt erstmal was. Nein, du sollst dich hinknien. So. Ich hätte mal eine Straße gefunden. Das ist ja mal ein Anfang. Das geht hier, glaube ich, nicht. Okay. Finde ich aber auch lustig, dass wir ziemlich gleichzeitig irgendwie ohnmächtig geworden sind. Ja. Gut, wir haben beide relativ zeitgleich zuletzt was gegessen. Ja, aber du hattest vorher schon mal was gegessen und ich war die ganze Zeit ohne vollen Magen. So. Da vorne ist eine Stadt mit einem Schildchen. Jetzt müsste irgend so ein anderes Küste da sein. K. Versteckst du dich hinter einem Laternenposten? Nein. Ich laufe durch einen Wald. Scheiße. Kap-wo-k-do. Soll ich immer kaputt boxen? Ich kaputt macht immer kaputt boxen. Von nix kommt nix. Einfach mal drauf. Da. Ich treff die nicht. Nee, ist das ein Auto? Ist das... Ist das fahrbereit? Hohoho. Ich hab einen Screwdriver. Hab ich mir erlootet. Nimm das doch mal hier auf die Eins. Gott verdammte. Dann nimm es in die Hand. Mein Gott. Bist du tot? Nee. Check Pulse. Ach so, meinst du den? There's no Pulse and it's warm to touch. Ist das von, das ist ein Zombie? Ich hab jemanden getötet. Ach, verflucht noch eins. Ich wollte gucken, wo ich bin. Ich hab ein Auto gefunden, aber das ist die Zündkerze kaputt. Oh nein. So, kann... Kann... Do. Oh, da vorne ist ein Dorf. Wenn ich Glück hab, find ich, find ich ne Zündkerze. Ich muss die App neu starten. So, ich möchte jetzt gerne wissen, wo ich hier bin. Kann Vokto? Suchen. Können. Nee. Hm. Ich hab mich von meinem eigenen Schatten erschrocken. Kam... Kam... Ach, Kamble. Kam... Kam... Kamble, Kamisho, wo? Bin ich... Der Server, der Server gefällt mir schon mal besser als, äh, der andere. Dann lauf ich hier mal weiter. Äh, gibt's hier mehr Futter? Nö, das nicht, aber mehr Zeug. Hm. Ich hab nur einen Schraubenzieher, den hab ich von der Tuse da geklaut. Den ich eben kaputt... kaputt geboxt hab. Hm, ich weiß nicht so recht, wo ich bin. Das ist schlecht. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist die Blut on the ground. Und... Huh, huh. Guten Tag. Ach komm. Ach. Fixen. Findest du den jetzt schon in den zweiten? Nee, das ist ein Zombie. Ach so. Der sieht sehr alt aus, das find ich ganz cool. Oh, 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 oh. So. Ich bin in einer Stadt, glaube ich, aber ich kann dir noch nicht sagen, welche. Elektro? Ich glaube, Soko nicht. So richtig tolle Sachen finde ich hier nicht, ne? So ungefähr so gar nichts. Ich legge voll rum. Ja gut, das könnte natürlich an einem UK-Server dann liegen, ne? Möglich, ja. Was ist denn noch ein Zombie? Ich mach dich kaputt. Ich hab ein Steakknife gefunden. Der ist nackig. Sieht ein bisschen aus wie Phil Collins. Ich hab Phil Collins getötet. Ey, hör auf zu kriechen, du Pisser. Was ist denn mit dir los? Na, was machst denn du schon wieder mit den Zombies? Da vorne steht einer. Warum sind hier denn so viele Zombies? Ich hab keine Lust, die alle umzubringen. Wer bist du? Bist du auch Phil Collins? Ich hab auch nix an. Das ist einer von den Red Hot Chili Peppers.